Also, passt auf, KV2 bis dahinten ranziehen, da oben einaimen. Ähm, 59, äh, T37, du kannst den Climb machen, zusammen mit Lulu. Ansonsten, alle hier vorne bleiben. Und da vorne upaimen, wenn sie hoch wollen. Ihr könnt euch droppen lassen, wenn sie irgendwo pushen, okay? Was wollt ihr vom 59, 16 jetzt? Da hinter den Stein, Spicer. Welcher ist die freisiger Climb? Ich, oder? Du und Lulu zusammen. Hast du den schnell, oder machst du den gleich? QB fahrt das hier einfach weiter. Wenn ich genug Speed hab für den schnellen, mach ich den schnellen, sonst... Macht's de platt, viel Erfolg. Soll ich meinen Reload ansagen, oder so? Kannst du unten im Chat mal. Ich bin's der Grommel. Ich muss ganz schnell. Da oben, kann man auch drüber fallen. Ja, ja. So, du guckst jetzt vorsichtig, ob da irgendwas auf dem Hill ist. Außen. Der KV2 kann weiter vor. Ich wollte noch auf, so viel Lulu bist hier weiter vorher. Ich möchte, dass der 59, 16 da vorne am Stein steht, Spicer. Kannst du nicht zuhören? Okay, zurück. Gut. KV2 langsam vor, die können dich nicht pushen. Check. Du kannst da mit deiner Heerschelle wirken. Ihr vom Hill könnt da hinten reinwirken. Spicer spottet wegen kommen. Er fährt sie weg. So, der T37, den wir haben, Arthur. Wir beide gehen hier rüber. Alles klar. Evi, tu was Sinnvolles in der Mitte, lass dich nicht pushen. Arthur, du bleibst irgendwo weiter hier hinten. Von mir aus da oben an dem Dings da drin. An dem Leuchtturm? Ja. Oder an dem Stein? Alles klar. An dem Leuchtturm. Soll ich mal kurz den Proxysport abfahren? Jo. Ich bin zwar noch alleine auf dem Hill, aber ich schau mal, was dann da ist. Ich will wissen, ob ich aufgehe. Okay, ich gehe auf. Eui. Okay, solange sie da hinten nichts zu stehen haben, kann ich da vorne safe reinfahren. Arthur, du musst hier vorne gucken, ob da irgendwas ist. Da ist auf jeden Fall was. Ich bin nämlich aufgegangen. Ich lade gerade auf HE um. Der Auti hat noch niemand gemerkt, ne? Ich nehme nochmal Anlauf, Georg. Dann gehe ich hoch auf den Leuchtturm. Ja, du hängst geschossen. Du kannst von mir aus da versuchen, oben hochzufahren, Evi, aber sei vorsichtig. Und der KV-2 kann vorne an den Stein ranziehen, habe ich gerade eben gesagt. Ja, Uni-Bot, wie bist du hier hochgekommen? Du musst oben gerade, in der Linkskurve, wenn du merkst, dass du kannst Beepen hast. Da steht in dem Gebüsch vor uns, Tanker. Ich gehe hier nicht mehr auf. Ja, anscheinend da jetzt weggefahren zu sein. Soll ich den bei Evi machen? Ich weiß nicht, ob das... Ich brauche. Okay, okay. Okay, die haben hinten in den Gebüschen noch was. Könnt ihr da unten das zu spotten? Ich kann gerade auf den Kromwell, ja komm. Ich kann das dann, dass er die HE-Gun hat. Hat nach HE-Augst gesehen. Schluss auf mich kann. Könnt ihr den nochmal spotten? Ja, ja, ich halte jetzt in Proxen. OI zielt auf Insel. Soll ich mal gucken, ob ich peaken kann? Ja, kannst du machen. Ah, wird schon abgehemmt. Kommt unser VK rum auf den Heel rauf? Sonst kann der Lulu den da machen. Den da hinten im 37er. Ja, dann macht das klar. Da kann der VK auf die Insel und auch im Taill schießen. Ich bin oben. Sag mal, hat einer von denen... Nein, nein, ich bin nicht. Das bin ich. Ich bin unspottet hochgekommen. Du kannst uns mal schauen, ob du außerhalb des Proxyspots auf den 37er werfen kannst. Ich kann gleich den dann HEAVYSEN ausschließen. Die werden dann gleich wahrscheinlich mal pushen. Oder auch richtig in die Logen pushen. Die merken, dass wir was da oben haben. Die stehen echt weit gesplittet auch, ne? Ich schieße mal den Tapp ab. Ist da einer mit HE oder was? Ich schieße mit HE. Ich habe die HE-Knifte drauf. Ich kann da hinten rein. Ach, der hat sie bis Amarik zu supporten. Warte mal, ich kann den WK kap schließen. T-150 und OI lassen sich gerade ein Stück zurückfallen. Arthur, kriegst du den T-37 nochmal auf? Ich krieg nur auf, wenn das nicht bewegt. Hinten kommt 37er, da kostet es. Da muss jetzt abgave werden. Ich habe es versucht. So witzlos. Da kommen wir wieder, Cluelo. Komm einfach. Die kommen hier. 59-16 rüber aim. Ihr, ihr, hier vorne, der 59-16 hier rüber aim. Ich kann euch auch helfen vom Film. Get it. Der aim rüber, aber die sollten euch auch noch mal pushen. Mann. Bauen zum Graben. T-150 pusht am Bergeingang. Wollen wir es uns, Georg? Ja, komm. Ich grummel, gib den rein. Ja, ich habe noch einen. Hört ihr auf den T-150 wirken? Ja, ich kann ihn versuchen. Da, auf den Eternal. Es ist okay, er schaut auf dich, er schaut auf dich. Komm, wir warten. Ja, ja, ja. Ich dreh den. Wir kommen jetzt auf. Immer noch. Äh, OI hat. OI hat. Juni, du musst gleich, ihr müsst den Grummel rausnehmen. Sie kommen. Alles gut, alles easy, Leute. Bleib ruhig und entspannt. Wartet mal bitte kurz, tötet ihn mal nicht. Tötet ihn mal bitte nicht. Ich möchte wissen, ob ich bei einem OI seitlich durchkomme mit meiner... Ja, kein Feuer läuft. Gut, ich komme durch. Diese FK-Wünsche, ne? Ja, ich muss es wissen, oder? Tötet ihn mal nicht, ich will was ausprobieren. So, Uniboot, jetzt musst du mir zeigen, wie das geht, ey. Du warst derjenige, der den Climed die ganze Zeit versucht hat? Das sah ganz lustig aus. Hui, hui. Ich habe nur den Berg bis hier begann. Ja, mach. Aber ich muss eine Schleife nach links drehen. Ja, lass sie im ersten Mal um, um an Zeitung. Der ganze Rest ähmt hier vorne den Heal ab, ob die hoch wollen oder nicht. Ähm, KV2, sollten die versuchen, auf den Heal raufzufahren, ist es für dich schlauer, da vorne an dem Stein zu stehen, weil du dich dort hinter auch noch verstecken kannst, wenn sie hier vorne kommen. Jo, aber das klingt dann von da ein Problem, ne? Ja, das können wir aber abämmen. Da werde ich hingehen. Alles klar. Nachdem ich mit abämmen. Sobald was von denen da auf dem Heal ist, lassen die mich aufs Vorplateau da droppen, ne? Dass ich im Proxy-Spot bin. Jo. Dann brauche ich auf jeden Fall hier unten welche, die spotten, ob die da außen einen Climb versuchen. Okay, wir pushen die Mitte, wir pushen die Mitte mit unseren Panzern, bisschen aggressiver. Jo, ich bin jetzt, ich komme nicht mehr zu euch hin, ich komme nicht bis zum Stein ran, Ich kriege ich vor der Insel. Jojo, bleib einfach dahin. Wie ist das, KV 85? Der steht, KV 80er. Kannst du ihn one shot? KV hat geschossen. KV 85 hat geschossen. Ich zieh zu dir. Okay, wir brauchen hier Hilfe. Einer bitte umdrehen. Ja, ich komm runter. Nicht schießen, Grummel, zurückziehen. Da hinten ist sonst cooler. KV 2 hat geschossen. Fahre einfach einfach drauf. Der ist raus. Rücken jetzt auch. Grummel schwingt den Hammer. Er hat definitiv Harrow gemacht. Immer diese Hacker. Da braucht noch Kredits, deshalb fährt er T40 Immer dieses Advanced Autoheim Jawoll Ich glaube, einmal habe ich daneben geschossen Oder? Ich weiß nicht 2k Damage Boom, Baby 3 Schuss, 3 Treffer, 2000 Damage Ja Ich mache das Gemisch auf